Was haben die denn? 3 Assassin und 2 Kräger Finde ich doof Können Stunnen Stunnen finde ich doof So, Michi würde jetzt sagen Münzen sammeln Nicht drauf gehen, Münzen sammeln Bei Kaninchen wird gewinnen, indem man nur verteidigt und Münzen sammelt Aber ich gehe dann nicht auf Damage Weil wir sowieso schon nicht viel haben Und was gehst du dann? Auf Streicheln Egoismus und ich würde überlegen Moin moin Freunde der guten Unterhaltung Willkommen bei einer weiteren Folge Heroes of the Storm Dabei sind die üblichen Verbrecher Wieder dabei und Ja, muss ich eigentlich nicht vorstellen Alle dabei, außer der Michi Kicken wir mal Bis jetzt haben wir eine erfolgreiche Serie Mal gucken, ob wir Von 2 Ich weiß nicht ob ich heal nehmen soll Oder ob ich Puschen soll mit rekrutieren Weißt du auch Pusche to the limit Ja, soll ich das machen? Sei mal, sei mal der Puschel Und wenn du es verkackt weißt du Das ist zwar unhygüistisch Also eigentlich nicht manche Also deswegen hast du es auch nicht genommen Vernünftig So kennen wir ihn Ihr geht da oben also sterben, sehe ich schon Ja, das sieht schon gut aus Dann komm ich mal hoch Ich mach mit Das klingt jetzt mit der Notheilung Na, ernsthaft, die Menschen Achso Die sehen uns Na, egal, drauf, drauf Husch Sieh, alle weg Alles schick Vertrieben, ne? Guck hier, was wir hören Hier und hier und hier und hier und hier und Der Wolf und das Reh Na Sibu, ne der andere Ja, 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 ja Genau den Egal Feigling, ne? Wollen wir wieder nach unten gehen, Julian? Können wir machen Ja, erstmal holen wir uns den hier Und unten ist Truhe, 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 Truhe Hier oben ist auch eine Truhe Ich hab immer noch kein Leben, das find ich gut Oh Gott! Haben wir Heilung? Haben wir Heilung? Nein Ich hab nur für mich selber Heilung Oh, Egoistin Lydia, gib doch mal was ab Ist nun mal so Ist nun mal so Echt? Ja, gib sie ihm Sehr schön, Admiral Ey, der Wolfschmähne hier, Kollege, hat irgendwie fünf Fünf Münzen hat er Äh, ja Ziemlich übertrieben Wir müssen defenden Defendent Julian, wo ist denn dein, 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 äh, Leuchtviech? Dein Irrwisch Bei den Thronen Mh, nein Ja, jetzt Jetzt ist er da Die ganze Zeit Nein Sicher? Hatte ich anders eine Erinnerung Bestimmt Wir müssen wieder rum Wir müssen mitte, 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 mitte Wir müssen mitte Was ist denn schon wieder? Der ist da nicht Da ist er Da ist er Der hat fünf Ja, ah Also, die will ja ernsthaft Jetzt hab ich vorhin die ganze Zeit gesagt, Freundchen Ach, du hast gar nichts gesagt Nein Jetzt hat Basti fünf Meine Münze, meine Münze, meine Münze So Gib ab Jaaa Schützt mich Julian, lauf in dein Leben Next Ich lasse ihn nicht im Stich Nein, ich sterbe Jetzt heil dich Oh ja Hier oben ist irgendwie Miss Irgendwie Miss? Ja, vorhin waren die noch welche So halbviertel Miss Also, vor einer Viertelstunde waren hier mal Leute Und die sind jetzt nicht mehr da Ich glaub, hier sind Gegner Irgendwie sind hier Gegner Habst du die Befürchtung, als ob hier gleich Gegner so da sind Ich stell meinen Leuchtevieh wieder in die Mitte Jaja, immer, immer hinstellen Immer, immer stellen Wenn jetzt mal der Chat weggehen würde Dann könnte ich Irgendwie so fünf Fünf bis sechs Münzen haben die Ja, sollen ja Oh, die Julian Also Nö, alles gut Da, drauf Ich mach ne Runde Kommt wieder in die Mitte Nicht sterben Kommt in die Mitte Ja, hier alles wegbratzen Habt ihr fein gemacht Da ist noch Baller Ratzengeballer Hier gibt es auch Heilbrunnen Du machst ja jetzt Dialogue Oh, Christoph mach hier Komm, ne, die sterben Oh Was denn? Mir ist sowieso nicht eingefallen grad, was Christoph macht Christoph macht, äh Äh Sachen Ja, hier, lass uns das Camp machen Machen wir mal so Sachen, ne? Ja, Sachen Ah, da ist ein Gegner So etwas Das ist ja aber Wir machen aber auch Damage Aus der Hölle Junge, Damage von die Hölle Die machen Damage aus der Hölle Ich glaub ich heil mich mal Mit fünf Münzen, ne, drei Münzen Ne, haben alle irgendwie Münzen Drei, von null bis drei Münzen Oh nein Ja, ich bin safe Ich bin safe Oh Julian Ne, Lüi Lüi, rutsch weg Deine Münzen Deine Münzen Geht euch heilen, geht euch heilen Hoppeln, Julian Ich bin ein schneller Hoppelman Äh Oh Gott Drecksfuckteil Fucker Ich glaub's nicht Vision kommt Geht was, geht was abgeben Geht was abgeben Geht, geht geben Was geben Was geben Was geben Na, gar nicht auf die Kämpfe einlassen Immer Münzen sammeln Julian, wir brauchen dein Licht Geht Mein Licht ist unterwegs Ich bin eine Elfe Ja, du bist ja ein Hirsch Ja, genau Aber für den ganzen Hirsch hat's nicht gereicht Genau Ich bin ein Schwuggler-Hirsch Hä, wo kamen denn die Münzen auf einmal her? Ich hab die ja reingenommen Die Deltene Mann, Ton, äh, Kinder Ton, Thron Guck, setz ich schon hier auf mein Mauskabel, ey Wir haben tierische Probleme Achso, ich dachte, die kaufe ich dann die Deltene Ja, das ist ja echt Ja, ja Du kaufst ja keine Du kaufst sie nur einzeln Ich hab hier ne Tue und ein echtes Problem Wo, 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 wo Ja, ich komme Christoph, Konzentration Komm, ich komm, komm Nicht drauf gehen Einfach nur Münzen Ja, ja Achso, das ist ohne drauf gehen diesmal, okay Julian, Licht Lichtkamera ex Ja, mein Licht war da, das ist nicht immer Da, da, da Abgeben, 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 abgeben Eben Achso, das ist die Liming, die hört mich nicht El Diablo, der muss abgeben El Diablo El Diablo So hieß damals mein Diablo 2 Charakter El Diablo Weiß Bescheid Da weißt du Bescheid So, jetzt können wir uns wieder zurückziehen Das war noch Zeit, ne Eie scheiß Kaka Ja, wie haben die denn? Sonja, was soll das eigentlich mit dem scheiß Chat? Hm? Ah, okay, jetzt erkenne ich es 2, 2, 2 Ja, und dort ist dieser blöde Chat im Weg, wenn ich hier auf Tab drücke, dann erkenne ich die unteren zwei Münzen nicht, oder Münzstände, möchte man sagen nur und ich fange ich bin und die ganz Cool Resort in kommt, man hört, ich komme, ich komme, ich komme, sie werden Okay hey nur nicht die Gipfel ja ich bin in der Nähe der Nürnberg und das du musst auch schon Jürgen Licht die Leicht ist auf dem Weg und er kann es alleine machen und wir können können wir haben sechs acht haben die Werte in die Münzen ich habe keine Ahnung Admiral, Kollege komm, dann machen wir das Söldnerlager jetzt komm, Söldnern ja, da stehst du falsch dann geht auch weg echt du kennst doch die ganzen Sprüche das ist genauso, wie wir schon richtig Sprüche alle kennen ich habe keine Münzen kein Geld auf einer Naht theoretisch müssten die auch abgeben weil hier ist so eine hässliche Schabe die hat sechs Stück ja, ja, aber egal eine Schabe drauf treten im Stiefel ja, dieser komische Käfer von der Anna ja, ich weiß nicht, egal und du Barak ähm so, Barak, der alte Türke ähm, hier wo? ich mach mal ein bisschen Defense hier in der Mitte und oben am besten auch mal, was? ja, da bin ich ja die ganze Zeit gewesen ich komme mal Lydia zu dir ja, wir können das erstmal zusammen das Camp machen komm mal her Lydia so, haben wir aus drei Meter fünf Meter daneben geschossen, was? ja, ja, ich hab eine Münze ja, ich hab eine Münze ich hab eine Münze ja, Jan, mach's mal Licht äh, genau, hier Abfangen, Abfangen, Angriff nee, den brauchen wir nicht Abfangen, Abgriff 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 rot aber, das schaffen wir nicht das schafft der nicht nee Fokus, du sagst scheiße, das haben wir verkackt verkackt die haben dazu gelernt das Problem ist jetzt einfach, dass sie sich das auch wegzocken werden also werden die, sie wegzocken lassen wir das camp dann machen die truen sind noch online nicht mehr doch die waren eben noch da nein das geld symbol darüber ist aber fast schon das heißt aber jetzt auch genau das sollten wir selber verteidigen rechtlich ist auf dem Weg alle Mitte ja nicht für euch sondern für Rendenbob mit Jürgen wir gehen doch schon damit geht mir nicht schnell genug wir haben ja dies mehr dann was soll ich das Geld eigentlich wir brauchen immer noch zwei die machen wahrscheinlich den bossen wir warten jetzt raus aus der ulti raus aus der ulti oh gott Sonja hat mich gefokust ja komm weitermachen hinter euch killen ich will erstmal hier meine zehn elf Münzen die ich spontan bekommen hab kann es eh nur zwei ja ist mir doch egal komm geht 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 wenn ihr sonst geht 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 zurück ich laufe ich reite doch schon ja habt ihr ja schon ach ihr habt schon abgegeben ja noch zehn Münzen ja hat Basti auch mal kapiert hm 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 alter ach ja was macht mir hier ach wir könnten das camp machen hier ja ich hab jetzt ehrlich gesagt hm wir könnten na ne boss können wir können wir was machen sind wir greedy wir müssen aufpassen ne die haben keine Münzen mehr die haben wir doch gerade gekillt ja ja das war nicht ok machen wir doch erstmal jetzt so eine Kerne alles nach und nach pill apll vor allem ich hab noch neun Münzen ja der Michi Hallo guten Tag Hallo siehste Michi wir machen dich gerade stolz wir bringen sämtliche Sprüche die wir von dir kennen genau wir simulieren quasi das Service ja ich sprühe ich hätte den von dir oh hier ist jemand in der Mitte ich hab ja alles Gute zum Geburtstag genau happy birthday danke sing mal ne Runde ich du mal zur Abwechslung soll ich meine Runde singen hier ich will abgeben ich will abgeben ich will hoch da sind sie für mich ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig nicht wie im Hühnerhaufen hier nicht wie im Hühnerhaufen ja hier raus aus der Ulti raus aus der Ulti Chantal weg von der Ulti ich komme ich komme nicht rein ja Christoph nicht so greedy aber der Heide sieht doch aus komm sehr schön Lydia Lydia fein gemacht das hast du gut gemacht nicht wie im Hühnerhaufen hier oh vier verhangen ist das schön ich glaube du hast den ersten Klick dass ich das noch erleben darf meine eine Münze will ich jetzt auch los werden nein geht doch oben auf den Boss geil alle Münzen los geworden wir sind nämlich gerade alle und wegen nach unten wir machen heute alles wir machen alles hier wir nehmen alles mit Michi wo bist du gewesen? Essen Kostas Meralda aaaah Kostas Meralda ja günstig ich musste Papas Essen nicht bezahlen wieso? haben sie nicht auf Rechnung gehabt? haben sie nicht auf Rechnung gehabt? ne waren die auf Rechnung ja komisch optimal da kommen wir doch gerne wieder Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, ne? ja da kann die Leistung auch ein bisschen schlechter sein na du, das war das runtergefallene Essen wir wollen doch jetzt nicht den Boss machen sie sind doch alle da ja ist doch egal greedy bitch push it to the limit ich weiß nicht ob du bist aber du darfst dich nur nicht sehen eigentlich müssen wir nur Münzen abgeben eigentlich müssen wir wir müssen ab Münzen abgeben erst mal Münzen holen und Münzen abgeben wir machen der Boss hat noch 3 Leben und ihr geht weg oh ja ich hab ja noch 10 ja, wir müssen uns noch mal schieben ja, wir müssen uns noch mal schieben Christoph, los sei keine Pussy was? alter egal weg die eine Münze soll sie haben nein, 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 ich will eine oh Lili nein, 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 nein nein, nein, nein ich will da doch nicht mehr hin ich will da doch nicht mehr hin ich will da doch nicht mehr hin geht euch heilen Rückzug ihr seid voll angeschwächt auch ja schon aber irgendwie sind die Badges voll für den Mauern ja, die sind voll kacke die gehen einfach kaputt die ganze Zeit ja, warum nimmt sie die auch? hier verkannt würde ich sagen dann hoffen wir mal dass sie nicht jetzt hier in die Mitte kommen ich bin auch da dann kann ich sterben, falls ich da bin sehr schön opfer dich sinnlos fürs Team seine Strategie sinnlos viel jetzt ist der Boss zum Beispiel lecker auf dem lecker 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 schmecker Boss sag mal Julian ist das eigentlich Taktik oder ist das einfach nur dumm dass du die ganze Zeit immer unter der Hälfte Leben rumrennst die hatte so wenig Leben die hatte quasi automatisch nur noch die Hälfte die so wenig hat also das Taktik die gucken mich an die gucken mich einmal an und ich bin quasi weiß der ja ne ja ja weil die ganze Zeit ist nix los und die grenzt rum und ich rotz nämlich einmal da rein vergifte dann bin ich halb tot und wenn ich Glück bin komm ich weg wenn du Glück bist wenn ich Glück bin komm ich weg dann musst du drucken das ist das ist Lunara Style ja ich hab wirklich die meisten Heldenschaden Juhu und die nicht die wenigsten Tode aber nicht die meisten Juhu 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 Ich geh nach unten verteidigen Wie viele Münzen haben wir denn 10 14 14 Nee das passt noch nicht NICHT drauf gehen Lass uns mal hier das Camp machen Christoph Danke Christoph Machen wir zusammen Das ist schön Ich find das super mit dir zusammen zu spielen Das ist ja für 5n Wir haben eine Kommunikation wie so ein altes Ehepaar ne Ja das ist genial Muss ich sagen In 30 Sekunden ist unten das Camp wieder da. Ja, in 30 Sekunden? Mensch, das ist ja fast gleich. Ich würde jetzt da gerne warten. Das muss, das muss. Und Christoph, warum gibst du nicht mal deine scheiß 5 Münzen ab? Julian rennt die ganze Zeit mit halbem Leben rum. Und Christoph rennt die ganze Zeit mit... Nein, 3 Viertel Leben sind es jetzt. Er hat jetzt 3 von 4 Leben gerade. Genau. Das heißt, ich sterbe nicht in der ersten Sekunde des Kampfes, sondern ich heile locker bis zur dritten durch. Ja, locker. So, jetzt können wir es hier... Lydia macht hier Suicide. Nein, Lydia, low. Egal, hat sie Münzen? Nee, kann sie draufgehen. Egal, hat sie Münzen? Ja. Hast keine Münzen, bist du ohne Interesse. Dann ist egal. Ja, endlich. Ich bremse auf für Leute ohne Münzen. Ich hab das doch noch souverän rausgeschafft. Souverän. Oh, ich glaube, ich halte mich mal. Das Kostar hat gar nichts. Wie wir auch echt hier alles weggefarmt haben gerade. Ja. Okay. Wie viele Münzen haben wir denn momentan 6? Die Gegner haben... So, der Stern über Bethlehem ist auf dem Weg. Ja. Ich möchte dieses Söldnerlager einnehmen. Ja, genau. Wer sagt das? Leaming, natürlich. Random Bob sagt sowas. Schön greedy, bitte. Ja, und schön offensiv. Greedy mit einer Station Feeden, bitte. Ähm, ähm, nee. Ich will da gar nicht kämpfen. Ja, okay. Ich will gar nicht kämpfen. Warum nicht? Ihr seid alles so Pazifisten, wisst ihr das? Guck mal. Ja, es läuft. Mönchen, Mönchen, Mönchen. Hier, ich will lieber die olle Truhe. Truhe, Truhe. Immer höre ich nur Truhe hier. Ja, ist doch so. Michi würde jetzt sagen, hört doch auf zu kämpfen. Das hat eh keinen Sinn. Wir brauchen Münzen. Michi, würdest du das jetzt sagen? Er ist, glaube ich, AFK. Away from microphone. Ja, siehste? Achso. Ich wollte gerade sagen. Ja, siehste, aber... Siehste? Habt ihr die nur wieder gekillt, ne? Das bringt echt gar nichts. Die Gegner immer wieder zu töten. So ein Scheiß. Kommt doch. Keiner hier voran. Echt nicht okay mit euch. Hast du hier einfach reflexartig gedacht, dass sie wieder gestorben sind? Ja, ganz ehrlich. Du hast gesagt, oh, 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 oh. Und dann ist hier jemand gestorben. Ja, es ist auch jemand gestorben. Das würde so wieder passen. Er hat den Ahnengesang angestimmt. Für den toten Gegner. Haben wir jetzt Münzen? Nö, haben wir nicht. Haben wir ja nicht mal Münzen. Ja, wir sind ja am Abgeben. Hier, das olle Camp. Wir sind am Abgeben, ja. Wir geben alles ab. Und der olle Bob. Sechs Münzen, ja. Haben wir ja gleich genug Münzen. Ist doch schön. Das Camp, das kann man auch noch machen. Room non-Camp. Mensch, Mensch, Mensch. Hier gibt es jede Menge zu tun. Und Christoph idelt da vorne rum. Ja. Er kriegt nichts geschessen. Ich wollte extra nur... Er wollte nur spielen. Nur spielen. So. Jetzt gebt doch endlich ab. Ihr habt mehr als genug Münzen. Ja, dieser scheiß El Diablo gibt ja nichts ab. Ja, wer ist eigentlich der El Diablo-Vogel hier, ey? Kannst du echt knicken oder was? Ach komm, geh mir weg mit deiner Kack-Rulti. Diese Kack-Rulti, da kannst du... Alles okay. Tja, doppelt Giftfreundchen, na? Oh Gott. Oh Gott. Eigentlich warum wir nicht befreiten. Oh, hey. Nein! Aber wir können. Ach doch, jetzt. Sehr schön, hast du... Ja, so perfekt. Oh, 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 oh. Dreifach-Kill. Fieder. Ich glaub, wir haben gewonnen. Ich glaub auch. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, easy. Easy weg. 27. Yay! Juhu. War ja zu erwarten. Wie immer, ne? Wie immer, mindestens. Natürlich, klasse. Wir laden immer die Gewinne hoch, spielen ja 10 Stunden Lahn zu 3-4-4. Aber wir wissen halt nicht gut. Sondieren muss man. Ja, genau. Ja, dann wieder eine erfolgreiche Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.